Was geht ab Leute, Sane ist wieder da mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 920. Odens Schloss echte Name ist das Schloss von Kuri. Sie nennen es Odenschloss, da Oden so beliebt war. Oden war der Sohn des vorherigen Shoguns Kutsuki Sukiyaki. Sukiyaki ist ein japanischer Eintopf. Oden wurde verbannt aus der Blumenhauptstadt, weil er mehrere Male gewalttätig war. Da sind Plätze ohne Gesetze in Wano, und Kuri war das Gewalttätigste davon. Selbst die Familie des Shoguns konnte an dieser Situation nichts ändern. Wie auch immer, Oden schaffte es den gefährlichsten Mann aus Kuri zu besiegen. Sein Name war Ashura Doji. Auch hier interessant, Ashura war ein Demigott und so nennt sich auch Zoros Schwerttechnik. Kennt ihr diese Charakter in Verbindung mit Zoros stehen? Ist Zoros richtiger Name vielleicht Doji? Lorina Doji. Dojis, so nennt man sehr gerne Onis. Shuten Doji ist einer der 3 großen Yokai in Japan. Gleichzeitig ist Shuten Doji der König der Onis. Wir haben auch einen Charakter namens Shuten Maru. Wieso teilt Oda den Namen Shuten Doji in 2 Charaktere auf? Haben diese beiden etwas miteinander zu tun? Oda baute Kuri und gab den Leuten Arbeit in dieser gesetzlosen Stadt. Sukiyaki gab ihm zum Dank den Titel Daimyo von Kuri. In der Zwischenzeit geht Zoro irgendwo verloren. Inuarashi steht am Strand von Kuri und denkt an die alten Zeiten mit Oden. Inuarashi war ein Wanderer und die Leute dachten er sei unheimlich. Aber Oden behandelte ihn immer freundlich. Kinemon erzählt weiter. Sie erreichen den Hauptpunkt der Story als Kinemon von einem Samurai redet, von welchem Whitebeard und auch Roger angetan waren. Vermutlich meinte er hiermit Oden, denn immerhin war dieser in beiden Banden vertreten. Der Hauptpart der Geschichte wird nicht gezeigt. Alles was wir kriegen ist am Ende, starb Oden einen großen und ehrenvollen Tod. Kinemon sagt sie hätten versucht das Schloss zu erreichen, aber es wurde schon von Kaidu verbrannt. Da waren noch 3 Personen im Schloss. Momonosuke, seine Schwester Hiyori und seine Mutter Kutsuki Toki. Toki heißt so viel wie Zeit. Es existierte ein Gerücht das Toki in der Vergangenheit geboren wurde. Aber sie selbst sagte, dass sie in die Zukunft reiste mit der Kraft der Zeit Zeitfrucht. Wow ein Charakter der vielleicht schon zu Zeiten des White Centuries gelebt haben könnte. Das wäre mal eine echt krasse Sache. Aber ich sehe jetzt schon die Leute haten. Auch hier wird es sicher Restriktionen oder negative Effekte geben. Toki schickte Kinemon und Co in die Zukunft und das einzige was sie sehen konnten war eine Wano Wüste. Also fingen sie an nach Hilfe zu suchen um Orochi auszuschalten. Ein Mann namens Jibuemon sagt er erwartet sie seit 20 Jahren. Jibuemon ist ein Samurai und Hattori Jibuemon war der Name eines Ninjas. So jetzt stellt sich mir nur die Frage ob Jibuemon ebenfalls auf denselben Charakter wartet wie Hitetsu. Vermutlich warten sie einfach alle auf Kinemon und Co um den Kampf gegen Orochi zu starten. Kinemon sagt alle Samurai die sich uns anschlossen haben ein Mondzeichen auf ihrem Knöchel. Die Verbindung zu den Mondmenschen. Also haben wir einen weiteren Hinweis dass das antike Königreich aus den Himmelsmenschen bestand. Ja ein schöner Spoiler. Spoiler. Freue mich auf das Kapitel und ich denke ich werde demnächst mal die ein oder andere Theorie mit Shuten Maro, Shuten Doji, Otama es Momonosuke Schwester oder auch der Zeit Zeit Frucht zum Mal rausbringen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und vergesst den Like und Abo Button dabei nicht. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.